Was? Nee. Ja, Crossbow Holocyte. Sehr schön. Weapon Flashlight. Fensterreiniger. Was willst du denn damit? Vitaminpillen kommen, friss die ganze Ding. Welches? Ich könnte ihn trinken. Man könnte auch die Tinktur trinken. So, Novo-Mitrovsk heißt der Ort. Novo-Mitrovsk. North-East of Czernaros map, west of Svetloyarsk, to its proximity to the spawn... ... place frequently visited by new spawned players and survivors, searching for loot. Its size can be compared to the large south coast and cities Czernogorsk and Electro. Novo-Mitrovsk. 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 Hast du's getrunken jetzt? Nee. Aber... Ich glaub, mir bleibt nix anderes übrig. Ich werde wohl die Alkohol-Tinktur trinken müssen. Sehr schön. Walkie-talkie, toll. Komm, ich trink das... Ich bin ganz im Norden übrigens. Drink. So, da bin ich mal gespannt, was dir da jetzt passiert. My mouth tastes funny. Ich geh und trink's nochmal. Hier steht Dünger in der Wohnung. Warum steht hier Dünger in der Wohnung? Was ist das denn? Oh, ich hab nen Blue-Dry-Bag gefunden. Nicht dein Ernst. Was? Also, ich kann's trinken, aber es hilft mir nicht. Oh! Das ist was zu essen. Ich geh kaputt. Was ist das? Das ist ne Farbdose, Mann. Ich will doch keine Farbdose. Was hab ich denn da jetzt aufgenommen? Was ist das denn? Ach, ne Gaslampe. Hier ist ein Waschbecken. Hier ist ne verfluchte... Toilettenschüssel. Warum kann ich daraus nicht trinken wie ein Hund? Oh, ein Bolzen. Schön. Ach, ja. Hier steht alles rum. Hier steht wirklich alles rum. Von Farbsprühdosen, ein Laden. Oh Gott, ein Laden. Und ein Zombie. Der Zombie ist mir jetzt egal. Hier ist ein Laden und noch ein Walkie Talkie. Was bin ich mit zwei Walkie Talkies? Kannst du mich denn selbst sprechen? Sehr schön. Der Zombie hat mich gehört. Ich hab... Also, wenn mir jetzt ein Zombie beim Weg läuft, dann kann ich auch nur laufen. Hier ist Munition. Hier sind zwei Zombies. Oh Gott. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Du bist unbewusst. Ja, super. Super. Aber ich wurde auch vom Zombie getroffen. Ich hab die Hoffnung, dass das noch weg wird. Ach, da bin ich wieder. Okay, ich bin wieder da. Kurz immer bewusstlos geworden. Ah, Schuhe. Du bist bestimmt vergiftet oder so. Ich hab Alkoholtinktur getrunken. Ich kann nicht vergiftet sein. Ach so. Ich dachte, du hättest das Fensterreinigerzeit getrunken. Du hättest auch hier stehen lassen. Hier ist ein kleiner Laden. Ich hoffe, da ist was drin. Ich fasse... Ich fasse... Was ist das hier? Was ist das hier? Ein Apfel. Ist nichts. Komm, essen. 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 Äh! Ich will doch gar nicht da hoch. Ich bin schon wieder... Ich bin schon wieder... ...verbewusstlos. Schon wieder? Ah, gut. Ich verdurste gerade. Dying of dehydration. Möp. Was war das? Meine Hände. Ich hab meine Hände aneinander gerieben. Die haben Möp gemacht. Das hat sich aber wirklich so nach Möp angehört. Ah, apropos. Ich bin auch durstig. Also jetzt in echt, oder? Ja, ja. Okay. Ich bin bewusstlos. Und ich glaub, wenn mich keiner findet, werde ich sterben. Ähm... Wenn du stirbst, dann sterbe ich auch. Was ist das denn? Ach, das sind Steine. Die sind hier mitten im Haus drin. Naja, vielleicht komm ich ja nochmal zu mir. Und das ist alles nur, weil ich verdurstet bin. Ja, das ist voll scheiße, dass die Brunnen nicht funktionieren. Was ist das? Was ist das? Das ist Lida. Ein blaues Glicklicht. Was ist das? Es ist Lida. Ach nee, es ist blau. Ach komm schon Junge. Raff dich wieder auf. Nicht hier sterben. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, dass das hier oben dann unser neues Ziel wird. Fürs nächste Mal. Gerne. Also da wo ich gerade war, weil das war echt, das war echt ein bisschen beeindruckend. Für meinen Rechner auch, weil der war nämlich ein bisschen überfordert dadurch. Ja gut, das darstellen und dann auch noch aufnehmen und so. Äh. Ach man, könnte mein Heini hier jetzt nicht mal wieder zu sich kommen? Das wäre ganz toll. Nee. Ja, anscheinend nicht. Oh, ich bleibe anscheinend hier liegen, bis ich sterbe. Ja. Oder du wirst gleich wieder wach? Nur um dann zwei Sekunden später wieder umzufallen. Nee. Und merkst dann, dass dich andere Leute... Bestohlen haben. Ja. Darf ich sie looten, während sie bluten, ne? Nur, dass sie es nicht gefragt haben. Nö. Haben es einfach gemacht. Ja. Was ist das denn hier? So ein kleiner Weg. Kann man Bienen, Stöcke, kann man sich Honig nehmen? Weiß ich nicht, aber... Nee, das sind keine... Was ist das? Search, search for feathers. Fehlern, das war Nest. Nee, das ist Hühnerdings oder so. Ja, Nest. Habe ich welche gefunden? Have no found a thing. Nö, nix gefunden. Ich weiß nicht, ob man öfter sucht, ob man dann was findet, aber... Ich denke mal, wenn man einmal nix findet, dann findet man auch das zweite Mal. Okay, ich probiere mal hier... Oh. Ja, wenn ich ins Menü gehe, dann sehe ich schwarz. Ich versuche mal, äh, zu beenden und nochmal neu zu joinen, vielleicht... Aha. Hilft mir das. Okay. Ich bezweifle. Ich bezweifle es allerdings. Ach, dem... Mr. Turtle macht ja grad grad voll den... Chaos-Kram... Dings. So, 30 Sekunden, dann bin ich wieder da. Äh... In der Hoffnung, dass ich, äh... Auch wieder da bin. Ich möchte das Zeug eigentlich nicht hergeben, das ist ja zum großen Teil deins. Was? Hör, ich bin eh total weit weg von dir. Was macht der denn da wieder? Vor allem das Licht ist aus. Oh, hätte sie sonst was angegangen wieder. Es leckt. Oh, da sind, da sind Toilettenhäuschen. Ich stehe im Wald und ich bin nackig. Yay! Also, ich bin, äh, gestorben. Boah, ich stehe auf dem Hügel mitten im Wald. Toll. Da kann man reingucken. Da kann man die Türen vom Dixi-Klo aufnehmen. Was ist das denn? Hier sind ganz viele... Hier ist ein Klohaus. Das ist offen. Da liegt was drin. Ich hab ne Waffe. Ich hab ne Waffe. So, und wo stehe ich hier? Irgendwo an der felsigen Küste. Ja, also... Nicht da, wo ich bin. Was ist das? Jogging Schoes. Nö. Oh, aha! Weißt du, wo ich bin? Und Elektro? Nö. Nö. Ich bin nordöstlich. Sehr weit nordöstlich. An einem Ort, wo ich des Öfteren gestorben bin, weil ich keine Treppen laufen konnte und deswegen in die Tiefe gestürzt bin. An einem Ort, den wir oft aufgesucht haben, um dort Sachen zu finden. Meistens haben wir auch was gefunden. Scheiße, ich komm hier nicht runter. Ich bin beim Schiff. Nee. Doch. Nein, doch. Da sind wir relativ nah. Ja. Kannst du ja mal versuchen zum Schiff zu kommen. Ich seh mich dabei hier schon mal um. Also was heißt relativ nah? Das dauert auch noch ein bisschen, bis ich bei dir bin und ich werde sowieso... Ich bin grad am Starven. So, ich geh mir das Schiff mal ansehen. Mach das mal. Nicht runterfallen. Ich versuch's. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann verliere ich nur, ähm, Brecheisen. Nur. Kotzeisen. Ich werd mal hier noch was essen. Also ich hab Tactical Bacon gefunden. Mhm. Ach guck mal an. Aber ich hab keine Dosenöffnung. Grey Cargo Pants. Hast du ein Messer oder sonst irgendwas? Nee, ich hab gar nichts. So. Da hinten liegt auch noch was. Black Tracksuit Pants. Eine Spritze hätte ich. Ja, versuch's doch damit mal. Einfach mal... versuchen. Aufzumachen. Ja. Ja, wer weiß. Vielleicht geht's ja. Nein, geht nicht. Schade, aber ein Versuch was wird. Ja. Aber ich werd mal dafür... Ich könnt ja mal noch Steinen suchen. Also ob du das mit nem Stein aufkriegst? Sollte eigentlich... Ja, eigentlich schon, ne? Wenn's ne Dose ist. An sich sollte es möglich sein. Ich steh... Aber weiß ja nicht... Ich steh im Schiff auf Metall. Und er sagt, I'm completely soaking. Ja. Das ist logisch. Da liegt was grünes. Neue Schuhe. Was ist das denn? Tomatensamen! Mit 29 Stück. Dann werd ich mir jetzt hier grad mal... äh... Tomaten growen. Kannst ja dann einfach ein bisschen warten. Irgendwann sind sie ja fertig. Dann kannst du essen, ne? Ja. Da ist was drin, oder? Nein. Also ich find auf dem Schiff hier mal wieder jede Menge... äh... Klamotten. Aber... Sachen zum Essen sind zum Beispiel mal mangelwaren. Ach scheiße, ich bin auf der falschen Seite. Hier ist ein Eimer. Ne, ein Eimer. Oh, ich glaub den kann man nicht nehmen. Kennst du das Youtube Video von dem Möchtegern Gewichtheber? Ne. Der, äh... Ja, äh... Die muss man lassen. Also er stemmt da schon ziemlich Gewichte. Also es hat da einen sich schon drauf. Aber er hebt das Ding hoch und prallt dann damit voll gegen das Aquarium. Läuft alles aus. Oh Gott. Boah. Und dann steht er da vorher, der total coole Typ. Und dann kommt nur noch so... Du hörst, wie die Tür aufgerissen wird. Und dann kommt so... Mama! Mama! Eimer! Eimer! Ja, ich hab nen Rucksack gefunden. Yay! Ich bräuchte mal irgendeinen Dosenöffner, was zu essen und was zu trinken. Ich hätt nen Brecheisen. Damit könntest du es natürlich aufmachen, aber das hilft dir ja viel. Wow! Was ist passiert? Da hab ich nicht noch... Kann man das vielleicht mit... Mit... Ne! Warten. Man kann die Dose... Mit... Äh... Wie heißt das Ding nochmal? Wie heißt das Teil? Breast Knuckles. Wie heißt das Ding? Schlag... Äh... 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 Und du weißt, was ich meine? Mit einem Schlagring? Ja. Damit kann man das öffnen. Oh ja. Eine Dose. Einfach drauf prügeln. Aber man kann sich einfach auf den Boden so lange schmeißen, bis es aufgeht oder so, oder? Nein, das geht nicht. Das ist nein. 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 Gut, dann wär ich jetzt... Okay, ich bin immer noch hungrig. Hier auf dem Schiff ist tote Hose hier, ist absolut gar nix. Die Toten Hosen. Aus die Dorf. Jau. Ist ja dann demnächst dann für mich auch quasi gerade um die Ecke. Ja. Hab grad gedacht, ich hätte was gehört. I need a drink. Oh, der Cola. Trinken. Also irgendwie ist das Inventar ein bisschen langsam, kann das sein? Ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Mein Gott, warum ist hier denn nix?